jo leute herzlich willkommen zum vier fünften zur fünften folge von bmg drive auf meinem kanal wir fahren heute in utah also im grand canyon die default strecke ja 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 Das ist von der Boucher, von der Boucher, von der Boucher, ihr merkt das nicht, aber kommt im Vergleich zum Schluss, mit dem Boucher und der Boucher, der Boucher und der Boucher, die Okay, so we are, ist dick hier, ist dick, ist dick, ist dick, ist dick, ist dick. So, Das geht ja schon gut los, die Tür abgefahren, hm? Ow! So, Mann, das ist ja, das ist ja, das ist doch, Das war's. Ah! 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 Das VTR-In der Anzei. Ahem. Oh, Gott! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Wir fahren nur damit ein bisschen, dass wir auf dem Boden fahren können. Kann das nicht nur auf dem Raum machen. Ui! Was? 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 Okay, ich bin immer. Mal. Wo ist das? Ah, fuck. Das Auto. Ach, ich bin englisch. Wir sehen uns hier. Aber wir räumen ja auch nicht sehen hier. Nicht sehen. Ich schmeiß dich ab, aber jetzt weg. Das war's. Auf geht's, auf geht's. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ja und geht es einfach so außer mittwochs so lasst einen daumen nach oben und abonniert mein kanal und wir sehen uns dann übermorgen zum nächsten livestream da ist schützenfest übermorgen und dann sonntag und bei uns also in wilkendorf und bei uns wenn ihr nicht wisst was wo wilkendorf liest dann google doch einfach mal dann kommt live live stream von schützenfest also vom von den umzug das wird geil sage ich euch das verspreche ich euch dann bis zur nächsten folge beam ng drive oder irgendein anderen live stream tschüss tschau hallo hallo tschüss tschüss hallo tschüss tschüss hallo tschüss